Sieht aus, als wird es hier heiß. Jeder will mal gegen Spider-Man kämpfen. Cool, ich spüre es. Ich bin dran! Ich gehe voll rein! Das sieht aus, als hätte es wehgetan. Ich gehe voll rein! Ich gehe voll rein! Was ist das passiert? Es ist wahrscheinlich besser, wenn du unten bleibst. Ihr Jungs werdet euch noch wehtun, wenn ihr nicht aufpasst. Der hier ist für dich! Ganz ehrlich, du hast mir kaum eine Wahl gelassen. D.F. D.F. Dafür hat Hydra dich nicht trainiert, hm? Nimm das! Immerhin hast du Gelegenheit für ein Dickerschenk. Such dir lieber einen neuen Job! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und weiter geht's! Ich hoffe Hydra versichert Gehirnerschütterungen! Und wieder geht's! Sieht so aus, als lege es an mir. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das wird bestimmt gut! Untertitelung des ZDF, 2020 Ich geh voll rein! Prima! Los geht's! Die halten sich wohl nicht zurück! Ich bin es gewohnt, zahlenmäßig unterlegen zu sein! Nicht durch mir! Fühlt das noch jemand? Ich bin es gewohnt! Ich bin es gewohnt! Diese Rüstung muss stärker sein, als sie aussieht! Sonst bekommst du echte Probleme! Sorry, aber das hast du verdient! Sieht so aus, als lege es an mir! Stell dich tot! Dich hol ich mir! Pack etwas Eis drauf, dann fühlst du dich besser! Ich bin dran! Pack etwas Eis drauf, dann fühlst du dich besser! Der hier ist für dich! Der hier ist für dich! Der hier ist für dich! Immerhin hast du Gelegenheit für ein Nickerchen. Dürfte praktisch sein. Hör doch mal! Hör doch mal! Nimm das! Dafür hat Hydra dich nicht trainiert, hm? Wunderbar! Wenigstens kannst du an aufregende neue Worte leisen, bevor du verkrügelt wirst. In New York kämpfe ich ständig gegen Banden. Und weiter geht's! Meine griechische Mythologie ist etwas eingemostet, aber hatte Hydra nicht ursprünglich neun Köpfe? Wunderbar! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der perfekte Boost! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020